Was für ein Tag! Heute Morgen, 3.55 Uhr hat der Wecker geklingelt. Dann ging es erstmal ins Auto und ab nach Treppendorf. Das Wetter ist wechselhaft, viel am Regnen, aber als wir dann auf der Bühne waren, kam die Sonne raus, die Leute kamen und hatten Spaß und wir auch. Und es war einfach schön. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.